ja und die noch ein so wird und arm dann war es aber auch Oh, sorry. Ja, an Aram und an denke ich schlicht nicht. Ah ja, keine Ahnung. Ich hab's halt so. Ich hab's gar großen Bullshit gelesen, ey. Bullshit? Er schaut Bullshit. Ach so, was soll ich jetzt? Ich hab' gefrorener Bullshit auch nicht schlecht wäre. Nehmt das an, oder nicht? Ich vermute nein. Ach, dieses Party-Ding ist... Hey, wieso steht er an der Schule 14? Beschiss, ich bin 15. Ja, ich komm' ja wieder mit dem Champchen drauf hin. Auf 4 steht auch 15. Ja, sag ich ja. Mit 1 EP. Ja, ist geil, ne? Das muss auch's mal hinkriegen. So, ihn hol' ich mir denn. Kommt auch an, was du kennst, du spielst. Das ist eigentlich relativ egal. Ich spiele eigentlich alle Lanes. Und ja, von... Ja gut, Mundo, naja, muss nicht unbedingt sein. Mundo. Mundo gehen hier lang. Mundo erinnert mich mal so ein bisschen an Hodo. So, habe ich mit Timo geholt. Hodo, geister Charakter aus Game of Thrones. Ich hab' immer so, ich hab' immer so das Bedürfnis, wenn er dann in der Szene ist und sagt Hodo. Dann bin ich auch immer da und sag' Hodo. Ich fand's geil, als die in dem Turm waren und Gewitter waren und der dann voll am Rad dreht. Hodo, Hodo. Hodo, Hodo, Hodo. Hodo ist toll. Oh ja, Mann. Oh Gott. Ich find' ich Nami. Nami ist doch geil in Eren. Also, ich hab' keinen Bock auf die. Nein, wieso hab' ich nicht... Oh, wieso hab' ich die nächste Kameratze? Oh, nein. Okay, dann ist noch behinderter. Willst du sie, Willen? Na. Mh, nee. Willst du Kayden, oder was? Eigentlich nicht, aber wenn du mit Evelyn so schön wollen würdest, dann können wir ja... Hast du Chaco? Stefan? Hm, ja, ich hab Chaco. Willst du? Ich würde nämlich, wenn du mit Evelyn taust, würde ich gerne Evelyn haben. Okay, dann machen wir so. Ah. Danke, Chaco. Aber Chaco ist doch auch so geil, also. Ich hasse Chaco. Oh, Twisted Fate ist noch geiler. Ich bin zu dumm, Frischaco. Müsstest du noch den Tango-Spin haben, das wär' cool. Ja, den hab' ich, ja. Ja, den hat er weh. Ich wollte grad' der Warwick mit mir tauscht, ich glaub' dem hackt's. Nicht schon der Warwick. Ich weiß gar nicht, ob ich den Tango-Spin ausgebildet habe. Ich glaube nicht. Nee, hast du nicht. Standard. Nee, hab' ich nicht. Hab' ich den Tango-Standard. Ich hab' nur das Ding, den ich durchgeguckt hab'. Aber es wär' voll episch gewesen. Alter. Velcro, Israel, Tristana, Annie. Geht's noch? Und Fiora. Ja, warum nicht? Von dem Israel ist cool. Freaking Nudeln. Nudels? Hi-Feed. Oh, ich hab' voll Bock aufs Nudeln. Dann hol' den Nudeln. Und weil ich zu den coolen Kids gehöre, geh' ich jetzt aufs Klo. Jetzt wär's richtig cool. Ich bin voll der Rebell und so. Es ist eh nur ein Aram. Naja, das ist aber voll wichtig, das Aram. Dann war's nicht. Mir schon, ja. Ich geh' dahinter. Ein Warwick. Ein Mundo. Wenn man von Teufel spricht. Interestana. Das wird's sehr interessant. Hm, was kauf ich mir? Kann ich mir. Mannarek. Das und so. Das. Ich brauch' keine Pots. Hm. Hast du noch Schnauze bekommen? Ja. Da wisst ihr kommt, ey. Weihnachten. Erstmal überlegen, was man kauft. Das war's. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Oh, da. Ich bin mal drin. Ich geh' gehen. Oh, Report Eveline, AFK. Instant. Gott, hatte ich die schon ewig nimmer, ey. Ei, ei, ei. Meine Karte macht gar keinen Schaden. Ah, wie fach. Okay. Adolfalar. Kabel? Adolfalar. Irgendwie bei mir stehst du in diesem Turm da drinnen. Ja, weil ich bin unsichtbar. So. Das ist wie. Bist du unsicher, ey? Oh, Stefan. Ich weiß nicht. Ja, du weißt ganz gern. Nee, weiß ich grad nicht. Hm. Ach. Direkt. Ich frag mich, wenn... Es wäre ja, wenn sich einer von meinen Karten wegflasht, aber so, dass die Karte in den Normaltreps gleich dann nachschneiden, vermutlich, ne? Ja. Ja. Füttert mal die Poros hier. Wegen so abgemagelt. Hm. Hm. Der andere ist es wieder heute. Hier ist Stefan. Ja, lach halt nicht. Da ist... Achso. Nicht doch. Ich bin der Dealer. Du weißt, ne? Der Mann mit dem Coops ist da. Ja. Boah, ich hatte voll den Leg wie mies. Boah, das war mies. Nein. Boah, hätte ich mal ne Kerl schon aufgeschmissen. Das ist immer alles so knapp. Das sagen manche Leute was. Das sagen manche Leute was. Ja, ja, ich weiß nicht. Krass, wie ihr schon Ulti habt, natürlich, ne? Das ist so laber. Irgendwie, dass ich laber. Ich hab auch keine. Ja, da warst du auch irgendwie schon knapp da, aber... Ja, das war halt ein Kehl. Jetzt nehmen wir das 2 Assists. Wow. Uh, die Annika hat er noch getroffen. Autsch. So. Mono Tank für mich. NP. Ja. Weil ich hier dem Feuer mal ein Schild näher renne zurück. Super. Hm. Profen, Stankvater. Richtig profen. Ich hab Twisted-Wert noch nie gespielt. Den könnte ich überhaupt nicht, Twisted. Früher, früher war das schwerer, weil man nicht wissen konnte. Oder weil man immer wissen musste, nach welcher Karte es dann gerade kommt. Jetzt siehst du das hier oben. Ja, genau deswegen konnte ich es damals nicht. Und früher konnte man dann richtig geil auf AD spielen. Das sieht man. Das sieht man. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Hehehe Haha Ufff utchma uzkud Deine Maaam! Doch, doch. Sonst klar, Kreis. Halt's mal was, Johan! Jungen! Bigger! Junge! Bigger Aussicht! Löcher in der Nase! Unständlich, die Solle! Aber das war noch Zeit, ne? Das ist anders oder irgendwie. Album muss rein. Das war so eine Pizza-Pizza-Shuttle. Ja. Das war ein Zeug. Album ist aber auch mega. Oder? Ach. Warte. Hm. Ich komm immer rein. Und dann hab ich wieder halbes Leben, okay? Hm. Schade, wenn das so ist, wenn du reinkommst. Oh, oh! Oh, oh! Du tust mich rein! Was soll ich jetzt überhaupt sagen? Was ist das? Was ist das für ein Item eigentlich? Hm, 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 hm. Alter, Bär, ey! Bär, ey! Bär, ey! Bär, ey! Da, 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 da Was ist mit dir, ey? Was ist mit dem Lips? Guck mal Gegner, da ist jemand, da ist jemand hier, genau hier Oh, der lebt ja noch, oder wieder Ich hab die Karte auf den Ton geschmissen, hat jemand gesehen Ethisch Ich bin hier nicht, die sehen nicht, ja Ich bin hier, ich bin hier Sag nicht immer, ach Ja, ich hab so Ich hab das Band, ey Das ist ja Bär, ne Vorsicht, tu irgendwas Im Ernst, der stirbt sogar noch Das war voll gut Das war voll gut Das war voll gut Hier, Mama kommt schon Was war das denn? Ich hab's gesehen Egal Geh Du kannst nur die Rissdunkn haben, und die killt dich trotzdem Ich mach jetzt 400 Gold, an 100x. Nein, das hab ich nicht. Sehen die mich eigentlich, wenn die, äh, Oracles kaufen? Ja. Das hat mich jetzt nur mal interessiert, weil Timo siehst du ja dann auch. Auge! 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 Will ich mir nix mit einstücken treten? Glaub an das Herz der Karten! Yu-Gi-O! Schwarzer Magie mit eiskalten Blick. Nein! Ich hab was getroffen! Ich hab was getroffen! Ich hab was mit dir. Ich hab was mit dir. Ich hab was mit dir. Die war gefrannt und dann war gut gut. Ich habe nicht mal eine Sterbeanimation oder so gesehen. Ich bin rein. Gut. Hallo, Fremder. Was? Ja, Privatwärter in der Szene. Ist er schon wieder weg? Ja. Warum sagt er mir nicht Hallo? Er bleibt nicht bemüht, ich bin nicht, oder? Na und? Dann sag ich ihm, dass ich ihm Hallo sage. Nein, ist eh schon wieder stressloser. Ich kann ein Ulti machen. Und das nützt gar nichts. Oder ich kann das machen. Wow. Magie. Oh, nur dein Ernst. Oh, ich habe eine Bombe. Oh, ich habe eine Bombe. Komm, wir sind da. Gute Nacht. besucher abgeschossen in der Nähe von naja ich hab ja eine gute Macht ich bin jetzt au 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 so zunächst so muss jetzt ist wenn er dann einfach dieses Video und dann wird sie hören, dass ich gesagt habe, gut gemacht welches Video? wie welches Video? welches Video? YouTube und so was so? doch das doch das war doch von... ich schluss nicht auf lange Leitung weil ich mich jetzt schäme ich mich vor jetzt, den Namen ich gar nicht zu ich frage mich ob ich von euch das ist ich bin nicht Das ist ich bin es ich bin es Ich hab doch grad so geprahlt. Jetzt hab ich mir so nirgends gekauft und hab's nicht angesetzt. Du bist so umlaufen. Alter! Alter, Tag starten wir schon. Was? Das sagst du doch nur so. Du willst nur meine Gefühle nicht kränken. Noch weiter kränken. Was heißt hier noch weiter? Achso. Oh, das pingt automatisch, wo ich hingehe. Ja, mittlerweile. Der Reck war ja auch. Richtig. So weiß ich ja nicht. Ja. Stumpf durch. Strike! Rote Karte für dich. Oh Gott. Und für was für dich? Und ne ästliche Banane für uns. Wie? Hm. Ich muss sogar schon so nirgends. Aber die war ja. Ich hab jetzt so ein Bild gelesen und ich hab jetzt so ein Text gelesen. Ich stand bevor die Knie-Banane klingt. Irgendwie ist so gesund. Ich glaub ich fange an mit Affenflicker zu nirgends. Na klar. Wenn du nicht. Grif' das dabei spielst. Was zählst! Aber nicht? Doch, Kuppel, verstanden? Mein Gott. Tatsche Tarte Läuft mir mal Läuft bei mir Schau, der Kind fand das grad witzig Das hat mich Das hat mich so ein bisschen an Kennt ihr Star Wars auf die Paradec Wo man so bei Wades Lasern ausweichen muss Das sag ich was Boah Ich hab schon wieder so unsere Fotos Ich muss mir Irgendwo auf dem Bildschirm irgendwo so hinschreiben Du hast das oben ja so Du bist so einfach nur so fest Sonja Ich glaub Sonja ist doch das einzige Ich hab mir einfach was ich aktiviere Wenn ich mal dran denke Ich aktiviere die Bläder schon Ich aktiviere Dings mich Wie heißt Vielleicht nicht Schreibe ich gerade noch nicht Ich finde es schlimmer ne Hydra Hydra hab ich mir in der letzten Zeit angefangen Weil das voll cool zu planen ist eigentlich Ich hab schon raus Schreibe ich mir in der letzten Zeit Ich hab's nicht mehr gesehen Komm her Ich hab's nicht mehr gesehen Dann stranken Dann stranken Ich hab's nicht mehr gesehen Und die zwei Hörst du ist vor Und die drei das wäre alles was im blauen hintergrund hat wenn man halt zu viel zu viel Rinder wie bin ich denn? Ach, hier hinten ich habe den Überblick verloren ich bin hier nicht ich glaube ich lasse mir Sohn jetzt einfach auf den Arm schicken Sohn ja! Ihre Vorhandlungen, verrückt, ne? Klar, auf den Handrücken Boah, wie geil, was ist denn? Oh mein Gott Hast du es gesehen? Nö Krass, ne? Ich habe mit jeder der drei Karten eingetroffen Hammer Episch, ne? Bam Oh mein Gott Holy greedy, Eddie, ey Das war voll mysteriös, weil du hatte gar keinen Stun und du hast trotzdem geflasht und Ich bin hier nicht drin Ich bin hier nicht drin Warum bist du nicht im Busch geblieben? Weil die Annie nicht sieht Ja, die Annie ist auch gar nicht im Busch geblieben Die hatte aber ein wirkliches Auge, der ist noch Das heißt dann nur, dass es in der Nähe ist Ja, dennoch 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 Was? 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 Aber ich habe einen Kill gemacht Hast du gar nicht Nein Nein Aber ich habe der Nudeln einen Double Kill damit gegeben Das wird das von mir das sind drin Biki Nudel Biki Nudel Biki Nudel Biki Nudel Los, bewege dich Ja, ich war noch einkaufen Nein, du hast hingeguckt Hallo Boah Boah So Wuhu Gocerino, Junge Biki Nudel Au Tibber In dein Gesicht Dankeschön Halt ihn fern von mir Halt ihn fern von mir Oh, ich habe doch von mir aus, man Dann wäre doch wieder eine Karte fertig gewesen Es war voll stumpf, wie wir einfach da beide Gesicht an Gesicht standen Oh, und warum? Hättest du auch früher gemacht, dann hätte ich noch Lust Ich hatte kein Leben, Mann Du hast kein Leben, ne? Ich hatte kein Leben Ich hatte kein Leben Das kommt mal vor Okay, sie hat volle Sicherheit gegeben Ich weiß nicht, ob ich das habe gekauft Ja, 13,6 Evelyn fällt schon geil 12,40 Weil ich habe doch voll lange nicht mehr gespielt Aber das ist cool, ich spiel den wirklich auf das jetzt Banane Banane War mal so lustig Ich hab's noch Ich hab's noch Pass auf, das war eine Banane Und sein Kumpel ist eine Banane Er so Der siehlt euch Und so, okay Er so Die ist gebogen und geld Mehr Kriterien hat eine Banane nicht Vorrecht 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 Ich glaube, ich sollte Verhalten Und so, was macht man eigentlich auch nicht So, afkarleute einfach so Oh, war das knapp Gehört sich Ich kill sie auch immer mit afkarleute Boah Wie viel Wie viele Vielleicht dachte ich Warum haben wir jetzt noch mit Schwippen geklärt Und dann wird die Vape von euch dann Ach, das ist halt der Vaikos Was ist denn Unterschied Fellkotz Fellkotz Ich muss da immer an Karten denken Fellkotz Oh man Wie kannst du sagen Sagst du nichts Ja Irgendwer blöder Verprobiert Ist das auch, ey Ich glaube, wir sind von vorne Prima Jetzt geht vorgeballern oder Oder Ich guckle es Boah, fast Gansch war zu langsam umschreiben Na gut Na gut Dann geh ich auch mal langsam an Cool Ich wurde wegen Belästigung und Beleidigung gemeldet Hä? Im Ernst? Ja, ich stehe jetzt gerade hier mitten im Bildschirm Komm gleich im Stream Kann sich angucken Dein letzter Zeit gezeigtes Verhalten war echt vor dem Bla 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 Wegen Belästigung und Beleidigung Hä? Ich habe noch nicht mal ein Wort geschrieben Doch einmal Good Job Warte Wie geil Warte Wie komme ich denn jetzt? Ich bin mit Twitch überfordert Achso, warte Ich glaube ich weiß nicht Ich bin Beleidigung Aber du wurdest nicht gesperrt oder so Nee, nee Das ist nur die Warnung Aber das ist Bullshit, ne? Also was hatte ich noch nie Ich habe Als ich mit Anleaks of Legend mal angefangen habe Ich habe eigentlich zwei Accounts Der eine wurde aber Gesperrt und dann habe ich Mir neun gemacht Und dann wurde ich mit den neun Bin ich dann halt weiter gekommen Als mit den ersten Weil der irgendwie in der Woche oder so gesperrt wurde Weil ich verlassen habe immer Ja Ich habe die denn immer nicht Sie sind mittendrin kam überhaupt mehr Na gut, ne? Man hört sich bestimmt Sieht sich morgen oder so Denklich mal Oh, jetzt ist die Meldung aber weg Leicht Entschuldigung Ich war zu langsam Bis morgen Bis nach Bis der El, nach Oh Ja Hört mich jetzt auch Man kann mit dem X nicht mehr Anrufe bänden Kann man auch nicht Ja, man muss jetzt im Auto So, jetzt Nacht Nacht Gut Gut, ich leg mich auch mal hin Jo, dann mal Gutes Nechtle, wa? Ja, die Nacht ist kurz heute Bei mir nicht Aufstehen Egal Alles Klärchen Bis später Bis denn Genau Genau Hat sie das jetzt auch Was sind das? So Allerdings Tja, das ist dann jetzt eine gute Frage, ne? Ach, machen wir einfach nochmal eins Geht schon Schauen wir da mal Ach, wobei Okay Ich mach mal fix die kleine Pause, ne? Wenn die jetzt eh schon gerade weg sind Denn eh Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich